Easy, easy, easy zip So komprimieren Sie Audio unter 25 Meter B. Go to eazizip.com und klicken Sie auf Komprimierung, Audio und navigieren Sie dann zu Kempress Audio unter 25 Meter B. Klicken Sie auf Wählen Sie die Audiodatei aus, um zu komprimieren, um den Dateiwähler zu öffnen, oder ziehen Sie die Audiodatei direkt auf eazizip. Klicken Sie auf Audio komprimieren. Es wird den Komprimierungsprozess gestartet, der einige Zeit dauert, bis er abgeschlossen ist. Klicken Sie auf Audio Datei speichern, um die komprimierte Audiodatei in Ihrem ausgewählten Zielordner zu speichern. So einfach ist das. Ich hoffe das hilft. Bitte auf das Logo klicken und abonnieren. Es würde uns viel bedeuten.